so jetzt pass auf huch molotovs das wird immer besser jetzt haben sie aber kein raketenwerfer dabei aber das problem ist molotov ist genauso beschissen die molotov muss weg ok die ist weg ist sie tot warte mal text man text man rette gilt sofort alter was passiert da gerade die mit einer giebe wären sind ja mega krass die glauben economies ha 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 tod nicht tod alter fuck ist das krass ok warte leblanc ist tot der ist tot die ist tot leck mich am socken alter okay pass auf lumi leute alter schwede elite hunter fangen und gill du musst unbedingt ganz schnell die macy retten aussehen aussehen ha 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 Jetzt muss ich mir das gerade mal anschauen. Schuss, Energiegewehr, Energiegewehr, Energiegewehr. Schuss, 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 Schuss. Magen, rechte Speiche. Oh, fucking hell. Behandelt die mal aber ganz schnell, Leute. Die Elena, behandle mal... Ah, fuck. Die muss natürlich auch einer behandeln. Warte mal, Reese. Was? Was tust du denn? Greift Larry im Nahkampfwand. Zustand, Schläger. Was? Geistiger Zustand. Was ist denn los? Hört auf. Ihr Pfosten. Was tust du denn? Alter, Genevieve ist noch gar nicht bei dir. Ich glaube, es hackt. Elena, kannst du nicht hier... Okay, Larry behandelt die schon. Alter, was war das denn? Okay, der ist verarschtet. Die Maisie. Noch nicht komplett. So, Larry hat jetzt auch ganz schön auf die Fresse bekommen. Warum? Na klasse, auch noch Biber. Das ist ja super. Ich habe keine Zeit für Biber, ihr Spacken-Biber, ey. Gil, geh nicht ratzen, verdammte Scheiße. Alter, das gibt es doch nicht. Ja, schön, schlechte Laune. Hätte ich auch schlechte Laune. Was ist denn bei dir kaputt, Genevieve? Alter, da kommt die gerade neu zu uns. Wir retten ihr das Leben. Und die fängt eine Prügelei an. Raufboll trägt Fernwaffe. Achso, die will also eine Nahkampfwaffe. Ah, Charakter. Achso, okay. Okay, das ist natürlich scheiße. Deswegen ist sie so schlecht gelaunt, okay. Nee. Nee. Wo ist sie? Nee. Leute, ich habe keine. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin gerade. Mann. Es sind gerade fast alle verreckt. Also nicht fast alle verreckt, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Warum werde ich denn jetzt überfallen? Und ich habe natürlich auch die falsche Taste gedrückt. Und Waldbrand auch noch. Ja, schön. Oh, leck mich am Socken. Das ist ja unglaublich. Maisy. Labor. Oh, Gott. Dammit. Scheiße. Scheiße. Nein, nein, nein. Oh, Gott. Das ist das übel. Charakter. Pass auf. Oh, du bist ganz gut, Maisy. Maisy hat bisher keine Waffe. Du nimmst auf jeden Fall ein Energiegewehr. Ich muss gucken, wer von meinen Leuten bei Fernkampf sehr gut ist. Der nicht. Alter, was? Aber der hat das Überlebensgewehr, ne? Okay, der behält das auch auf jeden Fall. Der ist nicht so gut. Elena ist sehr gut. Elena bekommt dann auch das andere Energiegewehr. Die Dinger sind richtig krass. So, Taxman. Du bekommst dann auf jeden Fall mal hier so einen Langbogen. Denn die Langbogen sind auf jeden Fall besser als die scheiß Wurfspeere. Oh, ne. Da sind sie schon. Alter, die haben Granaten. Die haben Präzisionsgewehr. Überlebensgewehr. Ach, leichte Maschinenpistole. EMP-Granaten. Okay, ciao. Es kann doch nicht... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich speichere mal ganz kurz noch eins. Newtown am Arsch. So. Boah, ist das zum Kotzen, ey. Kaum... Also, es liegen hier 80 tote Leute rum, ja? Alter, fuck. Elena. Los, raus mit dir. Raus mit dir. Raus mit dir. Und das, nachdem wir schon alle auf die Fresse bekommen haben. Das ist grauens. Kampfmodus. Warum hast du keine Waffe in der Hand? Junge. Was ist denn los bei dir? Alter. Alter. Die kommen hier einfach in mein Kühlhaus rein. Was? Was? Larry, verschwinde. Okay, die sind alle tot. Alter, das kann nicht wahr sein. Oh. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Maisie, ich werde wahnsinnig. Okay, die verschwinden, die verschwinden, die verschwinden. Oh, Mann. Okay, die haben wir auch noch. Tot. Alter, was? Was war das denn? Äh, fangen. Was? Keine Betten im Gefängnis? Was? Oh mein Gott, nein. Äh, Wand, 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 Wand. Äh, scheiß die Wand an. Genau, vor allem scheiß die Wand an. Verdammt nochmal. Marmurtür. Oh, leck, Arsch, Alter. Das kann nicht wahr sein. Äh, fuck. Ich werde wahnsinnig, Leute. Das ist echt einfach, dass ich pack, das packen meine Nerven nicht. Ich werde noch nicht. Jetzt hauen mir alle Gefangenen ab. Ah, das ist ein Blutbad hier, was, was, was wird hier, ne, Moment, ne, ne, das ist doch scheiße, das ist doch scheiße, warum, weil will mich das Spiel denn ärgern, oder will mich das Spiel verarschen, was ist da los, okay, pass auf, wir haben, wir haben eine Chance, und Lego hat keine Waffe, ich könnte so kotzen, ja, die sind schon durch, das gibt's gar nicht, Nee, tot, ich habe keine Chance gegen diese Granaten fritzen, keine Chance, das gibt's doch nicht, diese scheiß Granatenwichser, warte mal, ich weiß nicht, wie ich da, wie soll, wie soll ich mich da raus manövrieren, die zerbomben mir eigentlich alles, ich hab, also, ich kann das so nicht lassen, Leute, ich bin, ich bin total gebumst, wenn ich das so verlasse, sozusagen, pass auf, wir machen das folgendermaßen, ähm, Larry, äh, leck, Arsch, Alter, das gibt's nicht, äh, wir machen daraus mal ein Krankenbett, Larry, du gehst hierhin, Reese, du kommst hierher, Elena, du kommst auch hierher, Gil, ja, du kommst hierher, so, und Lego, du hast immer noch keine Waffe, du Dödel, so, äh, du holst hier mal hier einen Langbogen, Granaten sind auch überhaupt nicht laut, ne, nein, Maisie, geh weg, oh Gott, geh weg, ich raste aus, greif dich auch mal an, Wisst ihr, was das geile ist, die dürfen einfach mal schön die Granaten drüber werfen, naja, und meine Leute, was, Alter, Herz, linkes Bein, rechtes Bein, ganzer Körper, Nacken, alles, alles, abgeschnitten, linkes Ohr, alles kaputt, alles, die Splittergranate hat mich zerfetzt,